Jo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Trading bei FIFA Holsters. Das sind die Objekte, die wir letzte Episode dann doch noch verkaufen konnten. Und ja Freunde, das sind die Spieler, die ich dem Satri Aliya abgekauft habe. Denn er hat letztens das 40.000 München Giveaway gewonnen. Und ja Freunde, da seht ihr eben, dass das alles safe abgelaufen ist. Einige von den Spielern werden wir jetzt abschließen und andere werden wir noch auf den Transfermarkt stellen, wenn sie was wert sind. Und ja Freunde, heute gibt es natürlich ein weiteres Gewinnspiel. Heute geht es nur unter Anführungszeichen um 20.000 Münzen. Ihr könnt wieder Spieler reinstellen und heute stellt ihr eben 5 Spieler für 3 Tage rein. Und die sollten einen Startpreis von 3.100 und einen Sofortkaufpreis von 4.000 haben. Und dann werde ich eben von einem alle Spieler abkaufen, sodass der dann 20.000 Münzen gewinnt. Und da würde ich sagen, erkläre ich euch nochmal kurz die Methode, die wir heute am Start haben. Wir werden mit 4 Spielern traden. Also es ist einfach eine ganz einfache Methode. Einfach schnell zuschlagen ist das Stichwort. Und ja Freunde, das sind eben 4 Spieler, mit denen man einen richtig guten Gewinn machen kann. Man kann die Coins richtig gut verdoppeln sozusagen. Also man kann sie wirklich schon verdoppeln. So gut ist diese Methode. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange rum. Und dann würde ich sagen, springen wir auch schon ins Trading. So Leute, da sind wir jetzt auch schon beim Trading angelangt. Hier könnte es sinkt, war es schon mal einer der Spieler, mit denen man richtig, richtig gut traden kann. Man kann seine Coins hier wirklich verdoppeln, wenn man gut und schnell traden kann. Und ja Freunde, hier könnt ihr sehen, man sucht einfach, dann stellt man den Minimumpreis einfach runter. Und dann sucht, man sucht, man sucht, man verstellt Gold mit allen. Sodass es immer wieder aktualisiert wird. Und dann kann man sehr, sehr leicht Schnäppchen finden. Keine Ahnung, warum das gerade so gut funktioniert. Aber es ist einfach die beste Methode. Keine Ahnung, ich finde, das ist einfach wirklich die allerbeste Methode. Ich kenne sonst keine bessere im Moment. Falls ihr eine bessere kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls euch die Trading bei FIFA Allstars Folgen eben gefallen. Und falls euch diese Methode auch wieder gefällt, dann lasst gerne jetzt schon einen Daumen nach oben. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und auf jeden Fall auch die Arbeit. Das würde die Arbeit unterstützen, die ich hier in ein Video reinlege. Und ja Freunde, dann sehen wir hier auch Diego Costa. Mit Diego Costa kann man das genauso gut machen wie mit Quaresma. Man kann es, denke ich, auch noch mit vielen, vielen weiteren Spielern machen. Aber mit den Spielern, mit denen ich es jetzt eben hier gemacht habe, ging es einfach am besten. Und mir ist aufgefallen, es sind doch nur drei Spieler, mit denen ich es gemacht habe. Storage hätte man auch machen können. Aber es ging einfach zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht so gut. Ihr könnt es einfach sehen, das geht. Also man kriegt diese Diego-Costers und diese Klischees und diese Quaresmas wie warme Semmeln. Das funktioniert einfach so was von einzigartig. Und ja Freunde, ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, dass es nachkommentiert. Sonst könnte ich ja jetzt nicht hier so reden. Und falls euch das besser gefällt, dass es auch einen Daumen nach oben dauert. Schreibt es in die Kommentare, was ihr besser findet. Ich denke, ich stelle jetzt einfach einen Strawpoll-Link in die Beschreibung. Dort werde ich reinschreiben, was, also ob Live-Kommentary oder lieber nachkommentiert, was ihr besser findet. Dann könnt ihr für euer Bestes sozusagen voten. Also für das, was ihr bevorzugt. Und dann sehen wir es nochmal, wir machen es nochmal mit Quaresma. Warum? Weil es einfach einzigartig funktioniert hat. Ich glaube, das war einfach schon dann, wo er zu Beschiktas gewechselt ist. Und seine Porto-Karte war irgendwie nicht mehr so hoch im Kurs, denke ich. Aber verkauft hat sie sich trotzdem. Aber irgendwie waren die Leute nicht mehr so heiß auf die. Ich glaube, alle haben sie bei Beschiktas gefiltert, weil es einfach eine aktuellere Karte ist. Und die Leute ja immer nach dem Aktuellsten suchen. Freunde, dann sehen wir es nochmal mit Diego Costa. Diego Costa natürlich auch. Also da ging es auch richtig, richtig gut mit Diego Costa. Was ich euch auf jeden Fall raten muss, ist, dass ihr wirklich euch Spieler auch selber sucht. Also ihr könnt wirklich probieren. Probiert es einfach mit Spielern. James Rodriguez geht sicherlich auch Vital Schweinstecker. Das könnte alles funktioniert. Modric. Auf jeden Fall sollten Spieler sein, die so zwischen 2.000 bis 3.000 bis 10.000 kosten. Damit eben diese Prozente nicht zu hoch sind, wenn man sie wieder verkauft. Also die EA, wie soll ich sagen, EA Steuern, genau. Und ja, dann seht ihr schon, wie wir die dann auch verkaufen. Zuerst verkaufen wir alle Diego Costa, damit es halbwegs übersichtlich für euch ist. Ihr könnt es schon sehen, wir machen da pro Spieler ca. 1000 Münzen Gewinn. Und das ist doch schon mal richtig geil. Weil manchmal bekommt man auch Spieler mit Hunter oder mit irgendwelchen guten Chemistry-Styles. Da müsst ihr natürlich auch drauf schauen, dass ihr die dann eben noch teurer verkauft. Oder falls ihr auf einer anderen Position sind, zum Beispiel ein Diego Costa auf dem ZM, kostet sicher mehr als ein Diego Costa vorne im Sturm. Und dann haben wir auch einen Klischee mit einer Trainingskarte bekommen. Das war auch ziemlich, ziemlich nice. Also noch günstiger und dann nochmal mit Trainingskarte. Also das war schon ein richtig gutes Schnäppchen. Und ja, Freunde, das ist auf jeden Fall eine Methode für Leute, die nicht allzu viele Coins haben, aber die ihre Coins sehr, sehr schnell vermehren wollen, sozusagen. Hört sich jetzt ein bisschen gay an. Aber ja, es ist einfach so, man kann die Coins hier richtig gut verdoppeln. Denn man sucht sie einfach. Und wenn man wirklich viel Glück hat, dann kann man wirklich, ja, dann kann man sogar die verdreifachen pro Einsatz, sozusagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Quaresch mache für 4000 Filter und dann kommt einfach einer für 1000, dann ist das schon mal ein richtig satter Gewinn. Dann mache ich 3K-Gewinn. Das ist einfach mega nice. Ja, dann haben wir jetzt die Quareschmas reingestellt. Jetzt stellen wir noch die Klischees rein. Und ja, Freunde, falls euch eben gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch reden soll. Nachkommentieren ist echt was ganz, ganz anderes. Ich mag Live-Kommentary irgendwie lieber, weil man dann, ja, wie soll ich sagen, mehr in der Situation drinnen ist. Ja, Freunde, dann sehen wir jetzt nochmal, wie sich die Spiele auch verkauft haben. Also es hat sich wirklich alles verkauft innerhalb von einer oder zwei Stunden. Sogar die Bronze-Spieler. Außer einem Bronze-Spieler, der ist hinten noch dran geblieben. Den haben wir dann aber am Ende auch noch verkauft. Das blende ich euch jetzt ein. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Lasst gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da zum dritten Mal. Sage ich das jetzt schon. Ja, ich bin ein Like-Geiler. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und ja, dann sage ich auch schon wie immer. Ciao, Leute. Ah ja, vergesst nicht, eure Spieler reinzustellen. Für 3100 Startpreis, 4000 Sofortkaufpreis, 3 Tage. Stellt da 5 Spieler rein und ich werde von einem alle Spieler abkaufen. Dann war es das jetzt auch wirklich. Und ich sage wie immer. Ciao, Leute. FIFA All-Stars.